Das Volk bekommt kein Baumaterial. Dann habe ich dann irgendwie gerade so einen Flow drinne gehabt und habe da so ein Stück weit weiter gespielt, aber ihr habt an und für sich nie wirklich was verpasst, also im Endeffekt ging es mir da irgendwie gerade nur darum, in der Situation meine Bilanz auf Plus zu bringen, damit mein Geld quasi nie weiter nach unten geht. Und ja, ich habe mir schon eine Burg gebaut, ich habe irgendwie hier unten, ich habe schon mal eine neue Insel angesiedelt, wo unter anderem auch Gold vorhanden ist, was echt so gut ist. Äh, und was haben wir noch gemacht? Ähm, ja. Ja, nun für sich bloß so ein paar Sachen dazu gebaut und, hm. Ähm, wir werden mal gucken, dass wir eventuell die Waffen irgendwie langsam gebaut bekommen. Also Schusswaffen, wenn sowas schon vorhanden ist. Werkzeugspiele, nö, nö, nö. Nö, ich kann mir den Konto frei bauen, den ich aber schon habe. Ähm, hm. Kann ich hier überhaupt irgendwas Neues bauen? Ein Badehaus. Ein Badehaus. Solche sind das also, ne? Die wollen sich richtig hart gönnen. Äh, ja wo baue ich das Badehaus jetzt am besten hin? Hm, hm. Also im Regelfall müsste ich jetzt hier, äh, so ein paar Häuser, ein paar Häuser abreißen. Also im Regelfall, ne? Ich weiß nicht, dass ich das machen muss, aber... Wir müssen. Wir müssen dieses machen. Ähm. Ach, und wundert euch bitte, ne? Boah. Also irgendwie... Manchmal hat das Spiel auch so seine, seine, seine Macken irgendwie, hab ich so das Gefühl. In der einen Folge, also in der ersten Folge zum Beispiel, da hattet ihr quasi das komplette Bild. Jetzt ist es auf einmal wieder auf 4 zu 3 runtergegangen. Ich hab keine Ahnung, man. Also ich werde jetzt einfach so weitermachen, wie, wie, äh, das ist halt so auf 4 zu 3. Äh, einfach, ja, weil anders kann ich's leider nie machen. Ähm. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade machen soll. Außer das Badehaus, was jetzt, äh, eventuell kommen sollte. Für die ganzen, für die ganzen Typen, die das halt brauchen. Vielleicht kann ich aber auch irgendwas hier drüben noch machen. Weil hier ist nämlich auch ein eingebohrenen Dorf. Was natürlich schon das Wede ist, was, äh, sich eingeschmuggelt hat, auf gut Deutsch gesagt. Ähm. Ich hab im Übrigen auch aktuell, ach ja, ich hab eine Schiffe, äh, eine kleine Werft, hab ich. Also wir können sogar Schiffe bauen, was ich glaube auch machen werde. Denn wir benötigen an und für sich Gewürze immer hier auf der Insel. Ähm. Und das heißt für mich, wir müssen letzten Endes dafür sorgen, dass wir von der Insel, die wir hier unten haben, die Gewürze immer hier auf die Insel verbrachten. Ähm. Und das, was da unten halt an Gold und sowas ist, das müssen wir halt genauso noch mit, äh, vertübeln. Muss man bloß mal gucken hier. 13 Baumaterial. Okay, okay, okay. Ähm. Ich geh jetzt einfach mal kurz auf den Kutter hier, weil, äh, im Normalfall haben wir hier genügend Essen. Ähm. Ich werd mal... Äh, nee, warte mal. So rum. Mach mal so. Denn wir brauchen ja nur ein Teil von Jagdzeugen. Was haben wir hier? Eine Schwertschmiede. Und das ist eine Schmelze. Aber ich hab leider keine... Keine Erzbekommen hier mehr. Obwohl hier... Warte mal. Jetzt bin ich aber... Hm, 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 hm. Wo haben wir's denn? Ich finde es nicht. Hä, bin ich jetzt doof? Hier. Das wollte ich. Ähm. Ähm, ne Erzmine. Ich probier die einfach hier nochmal ranzubauen. Weil angezeigt wird es mir ja noch. Dass da... Offensichtlich ja noch was, äh, zu holen ist. Ob die mir jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber im Normalfall, wenn die, äh, Ressourcen leer sind oder erschöpft sind, verschwinden die Symbole rein theoretisch auch immer. Und, äh, da das Symbol ja hier noch da ist, geh ich jetzt stark von aus, dass hier einfach auch noch, äh, dass hier noch Sachen gemacht werden können. Aber aktuell passiert nichts. Und jetzt wird dieses Symbol angezeigt. Ich lass die Mine jetzt einfach mal stehen. Also normalerweise sollte das immer das Zeichen sein für da geht nichts mehr. Oder die sind zu sehr erschöpft. Aber da frag ich mich, warum ich dieses, äh, Symbol da über den Berg noch hab. Und über den Bergen bin ich der Meinung gewesen, waren auch die Symbole. Und da ist nichts mehr. Also, I don't know. Ähm, dann gucken wir mal, dass wir das Schiff hier soweit voll haben. Dann nehmen wir noch ein paar Ziegel mit. Äh, yo. Oh, so. Und fahren dann mal zu unserer zweiten Insel. Ähm, dass wir eventuell den Goldberg hier uns auf jeden Fall auseinander nehmen. Und die Silberberge. Oder die Berge, wo Erz drin ist. Denn wir brauchen wieder, ähm... Ich nehm das weg hier. Das regt mich auf. Junge. Ähm, nee. Wir brauchen auf jeden Fall Erz. Denn ohne Erz geht halt leider die Produktion der ganzen Metallsachen hier weiter. Und, ja. Aber ich muss mir jetzt auch nochmal einen Gedanken machen, wie ich hier am besten, am dümmsten, am schlauesten, äh, dieses Badehaus hinbaue. Ich hab echt null Ahnung, wie ich das machen soll. Ich nehm mal die zwei Sachen weg. Und baue das Wirkshaus, äh, bis an den Rand dran. Äh, ich hab das lieber falsch gebaut, oder? Ich hab das falsch gebaut. Ach man, ey, ich stepp. Ich stepp. Ne, das geht jetzt nicht. Ja, die rechte Straße. Ähm, Badehaus. Badehaus ist halt so groß, ey. What the hell? What the hell? Nehmen wir halt das nochmal mit weg. Und gehen jetzt nochmal auf das Badehaus. Also jetzt würde es reinpassen. Mir fehlen aber aktuell, äh, Ziegel. Da müssen wir vielleicht nochmal kurz warten, bis die vier Ziegel, äh, endlich dann bei uns in der, äh, ja, im Lager sind. Ja, wie ihr sehen könnt, hab ich jetzt so auch die ganzen, die ganzen Tabak, ähm, Dinger hier schon mal ausgeschalten. Weil, ja, keine Ahnung, man, die, äh, nehmen jetzt unnützes, äh, unnützes Geld uns von, von den Taschen. Und wir haben Tabak, also, wir verkaufen Tabak ja sogar noch, also, aus dem Grund, I don't know. Ach, ich verkaufe auch, ähm, Ah, okay. Ich nehme das jetzt mal kurz zurück, weil, davon müssen wir ja sowieso jetzt erstmal ausgehen, dass wir nicht so schnell wieder an, an Ernst rankommen. Und was ist, wir kommen nicht so schnell ran, also wir haben ja hier unten unser, unseren, äh, Punkt, wo wir eventuell nochmal ein bisschen Zeug ranholen können. Aber, ja, das Ding ist zum Beispiel halt auch, wir haben hier unten fast keine Personer. Aber das wird hier unten noch ausgebaut, denke ich. Also, ich werde so ein bisschen auf die Schiene fahren. Das wird irgendwann mal komplett industriefrei sein. Wenn's möglich ist. Und, die ganzen Inseln, die ich dann sonst so noch mehr, ähm, besiedel, die werden jetzt wahrscheinlich zu, äh, irgendwelchen Inseln gemacht, wo man quasi produzieren kann. Also, dass man halt wirklich nur hier viele Menschen hat. So, mein Plan. Ob das alles so funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber ich hoffe. Ich hoffe, dass das so funktionieren wird. Ähm, wieder anzoomen hier. Komm mal, wenn ich so mal hier den, den, den Scheißbaum bade, was wir die ganzen tappen. Da finden die sich schon gleich hier lohner. Da könnten die mehr Rädlein mal her. Oh, Entschuldigung. Die wollen ein größeres Gotteshaus am Ei. Nei. Der Taste, schon wieder zwei Häuser abreißen. Vier Häuser sogar. Ein Bürger, ein Bürger, ein Bürger, ein Siedler, ein Rölsiedler. Ähm, Gotteshaus. Nimm das weg. Müsste vier wegnehmen, oder? Nimm das sogar mehr weg. O-ha. Äh, ich hab gar keinen Plan, wo ich das hinbauen soll. Muss ich gerade mal ganz ehrlich so zugeben. Ich würde es ja sogar fast hier hinbauen. Gucken mal. Nehmen wir mal hier den Bürgern gerade das ganze Zeug. Right? Ähm, ich glaube, ich muss das hier hinbauen, wenn ich dann das Material wieder hab. Die bleibt da gar nichts anderes übrig. Und dann sind auch ein paar Leute erstmal wieder, äh, ein bisschen besänftig. Dann haben die ihr Gotteshaus und gehen mir dann auf den Sack. Okay. Wir machen eine Straße hier her. Denn das Gotteshaus ist ja ungefähr so groß wie bisher. Dann kann ich hier nochmal zwei Häuser neu hinbauen. Zack und zack. Mh, Bilanz ist bei 89. Was sagt denn unser Markt? Wir haben an und für sich genügend Tabak waren. Also unverarbeitet natürlich. Ähm, obwohl ich den eigentlich mal weiterarbeiten lassen könnte. Wir haben Alkohol ist in der Produktion die ganze Zeit, weil wird halt von den ganzen Leuten sehr, sehr stark genutzt. Und wir verkaufen es ja natürlich auch noch nebenbei. Ähm, hm, ist schwer, ist schwer. Wir haben 20 Ziegel und wir brauchen dafür zu viele Ziegel. Brauchen 25 Ziegel. Ah, gut. Lassen wir die Insel hier erstmal Insel sein und gehen hier unten auf die Insel und gucken mal, dass wir ja eventuell uns an die Berge anbauen können. Was jetzt so funktioniert, nice. Äh, eine Graubmine. Und dahinter machen wir eine Silbermine. Und zack und zack. Ich werde mal so. Ich habe ja hier noch so ein paar Soßen drinne. Und machen wir hier wenigstens die Straße, die Hauptstraße quasi. Machen wir hier aus Stein, damit hier die ganzen Geschichten super laufen. Und da können wir uns, wenn das ganze Zeug dann immer wieder vorhanden ist, können wir das mit dem Kutter hier eigentlich immer wieder auf die andere Insel fahren. Ich nehme hier auf jeden Fall schon mal Gewürze wieder mit. Und Gewürze könnten wir gebrauchen. Ich nehme auch mal so ein bisschen Nahrung mit. Weil Nahrung geht auf der anderen Insel, auf der großen Insel immer relativ schnell runter, aufgrund dass dort einfach viel mehr Leute wohnen. Und da muss ich mit der Insel, oder mit den ganzen Inseln, die ich dann mir so für die Produktion anschaffe, da muss ich dann mal gucken, dass ich da eventuell sage, okay, ich kann mir immer Zeug mit wegnehmen. Ich muss mich kurz umsetzen, wartet mal kurz einen kleinen Moment. So, und da bin ich auch schon wieder, da wären wir doch schon fast das Ben gerade eingeschlafen. Ja, wir sehen, wir haben hier die Handelsverträge mit den ganzen Parteien akzeptiert, aber wir haben noch kein Tribut geleistet. Würde ich auch an und für sich erstmal nicht machen, weil im Endeffekt ist es ja meistens immer so, dass die ganzen NPCs eigentlich mehr an uns Interesse haben. Also, wie ihr hier schon sehen könnt, was die alles haben wollen, ist bei denen einfach viel mehr als wie bei uns. Und das ist halt, ja, das verlangen unsere Leute einfach noch gar nicht. Aber seine Leute verlangen das, weil er zu schnell hocharbeitet. die werden auch relativ schnell denke ich später down gehen. Aber da werden wir mal gucken. Der braucht zum Beispiel Gewürze. Wir könnten rein theoretisch sagen, okay, wir verkaufen hier Gewürze, damit die hier sowieso anbauen. Und wir verkaufen sie für einen schmalen Taler von 36 und verkaufen bis zu einem Lagerbestand von 25 erst mal. Also wenn der hier quasi immer ankommt, also quasi hier ist er voll und hier kommt er an, das wird immer verkauft. Alles was hier ist, wird verkauft. Der Rest wird gelagert. Denn den Rest können wir ja für unsere Insel brauchen. Da ja drückt die Leute auch nach und nach 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 Gewürzen. Okay, hier ist die Bilanz ein wenig erdrückend. Liegt aber an den zwei Sachen. Also wenn die jetzt nicht aktiv wären, dann wäre das ein Vollrohr. Ja, habe ich. Und das hat auch Gründe, warum die kein Zeug bekommen sollen an und hübsch. Weil ich will ja damit handeln. Obwohl. Ach, wisst du was? Wir machen das jetzt einfach so. Wir haben ja aktuell Werkzeug. Arbeitet der noch? Ja, da arbeitet noch. Da stellt auch noch Werkzeug her. Wir werden jetzt einfach mal sagen, die Bewohner kriegen Baumaterial. Da können die sich eventuell, wenn sie was bauen, schnell bauen. Ich bin aktuell haben wir noch ich sag jetzt mal genügend Werkzeug und Holz und Steine. Und wenn wir dann von der anderen Insel das ganze Metall mit hier rüber verschiffen, sollte das für uns gar kein Problem mehr darstellen. Es ist schon halt krass, was man hier verkauft an Alkohol. Ich warte jetzt mal den Alkohol ein Stück nach oben drücken, weil ich denke, dass also ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass wir so viel auf unserer eigenen Insel benötigen. Ich denke, das wird dann immer erst kommen, wenn wir mehrere tausend Leute haben, dass wir dann wirklich fast alles immer brauchen und dann nur ganz geringfügig Zeug abdrücken können. Holz werden wir nicht verkaufen, das werden wir nicht verkaufen. Wir könnten Gewürze anbieten, aber das hatten wir ja oben auf der anderen Insel schon, also lassen wir das mal sein. Ich guck mal kurz oben auf der anderen Insel wie das hier aussieht. Was haben wir denn jetzt schon? Ja gut, also viel ist das noch nicht. Wir haben eine ganz normale Auslastung gar nicht. Oder wieso ist das? Hier sieht man die Auslastung einfach noch nicht. Hier steht einfach mal die ganze Zeit abholfertige Waren in diesem Lager. Ja also Ich hab hier null drin Egal Die Entwickler werden sich schon damals was gedacht haben dabei Ach ich wollte hier doch eine Kapelle hin bauen Kriege ich das jetzt hier hin Ja Super Also eine Kapelle Ja eine große Kirche Und da kann ich nämlich diese ganzen kleinen Kapellen die aktuell hier in dem Gebiet sind komplett entfernt weil dann brauche ich die Kapellen da nicht mehr Da wo wir jetzt so das Gottes Haus quasi ist Hier lassen wir eine Kapelle noch weil hier hat noch keiner das verlangen gehabt außer er jetzt Ein Badehaus wollen die hier in der Ecke haben Ja gut Jungs zahlt mehr Steuern und dann geht er hier ab aber dann geht er richtig ab ne Spaß also wir können hier gar nicht viel bauen weil unsere Steinmetze gerade die ganze Zeit am Farm sind also wir müssen eigentlich nur noch geduldig sein gerade geduldig sein und Geld einkassieren durch jeglichen Scheiß also wir haben eine komplette Bilanz von 341 auf beiden Inseln natürlich oder ne auf beiden Inseln haben wir eine Bilanz von 138 und auf der Insel haben wir eine Bilanz von 354 jetzt hab ich's wieder jetzt bin ich wieder drin im Geschehen hier haben wir eine Minus Bilanz das ist halt so das ist halt der Vorteil ich mach halt mit der Insel mach ich enorm die Plus und kann das durch die Insel weil die halt weniger Plus macht kann ich das hier gut ausgleichen also das ist halt wirklich mein einziger Vorteil den ich hier hab obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann dass das alles so kostenintensiv ist also ich mein was hab ich denn hier auf der Insel ich hab hier die zwei Gewürzplantagen ich hab jetzt Erz Mine und Gold Mine also ja gut ich kann mir da keinen Reim drauf machen worum das jetzt hier irgendwie so gar nicht geht verkaufen kann ich hier natürlich jetzt auch noch keine Gewürze weil dafür müssen die Gewürze erstmal komplett im Gang sein wir machen einfach mal den jetzt noch mit an dass der jetzt noch produzieren kann und ja 145er Bilanz gesamte Bilanz quasi ich denke das geht immer noch zu verkraften das kann man so stehen lassen und das geht halt nie wirklich viel runter es sind immer so vielleicht zwei Taler weniger oder halt mal einen Sprung nach oben why not na aber hier also auf der Insel auf jeden Fall eine Minusbilanz von minus 220 20 aber solange wir auf beiden Inseln eine Plus Bilanz fahren nehmen wir ja quasi weniger oder verliehen wir halt weniger gesamtes Geld sagen wir es mal so die muss ich irgendwann nochmal entfernen hier ich hab das schon nach der letzten Folge die ich hochgeladen hab hab ich mir mal aus Jux bei der Burg so ein paar verwaffnete Schwertkämpfer produziert aber irgendwie haben die gelegentlich versagt obwohl ich mit 10 Mann hier rüber geritten bin aber gar keine Chance also die Typen sind auf jeden Fall brutal also das kann ich euch jetzt schon sagen die sind richtig brutal vertraut das gebäude hab ich hier zerstört bekommen das war mein ebenso vorteil es war schade dass ich das haupthaus nie zerstören konnte weil wenn ich das zerstört hätte wären die klubbe komplett dann auch abgehauen dann hätten die sich komplett verdrückt der will kakao kakao es ist was soll ich sagen miese zeiten kann ich hier kakao überhaupt aufbauen hier kann ich kein kakao anbauen ich habe hier sogar eine plus bilanz von 434 also es deckt sich halt alles komplett ab also ich gehe sogar noch ans plus vom prinzip her müssen wir auf den nächsten tick achten ja also ich gehe definitiv ins plus ja gut wir verkaufen das und wir verkaufen das kakao ist gar nicht mehr so hart gefragt habe ich so das gefühl oder wollen die das immer bloß für wenig geld haben diese asgeier dann machen wir aber hier wir machen es einfach mal so wir machen 45er lagerbestand für 65 hier hat man lagerbestand von 20 ja das wir lassen das mal so wir belassen das mal so ja gut hier haben wir jetzt die gewürze schon mal wir haben gut was an herz schon bekommen hier und ein bisschen was an gold ist jetzt in die übermäßig krass aber das reicht ja erstmal aus ach hier könnte ich hier könnte ich kakao zum beispiel noch mit anbauen das wäre vielleicht gar keine schlechte idee ich kann zwar bloß 50% äh bewirten aber 50% ist ja ist besser als gar nichts muss man ganz ehrlich sagen also wenn ich hier 2-3 von den von den farmen hinbaue ist das immer noch besser als wie wenn ich das komplett schleifen lasse äh und die leute auf der anderen inseln gar nicht befriedigt werden im endeffekt deswegen wir gucken einfach welche felder hier abgestorben sind das sind die müssen mal ein stück wachsen lassen also das könnt ihr euch auch merken also es sind immer die felder die wirklich die ganze zeit grün sind sind auch immer die felder die dauerhaft da bleiben also die nie absterben würden das ist quasi dann der 50% ein stückwändiger anteil von dem kompletten feld äh das können wir hier auf jeden fall mal lassen äh ah 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 da kann man die bauen bei äh ist nie wir können auch mal kurz beschleunigen ähm okay jetzt sind die ersten felder hier schon abgestorben zack 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 hier hinten ist noch eins hier ist noch eins da ist noch eins mhm da ist auch noch eins ich glaube das passt passt erst mal ähm ja wir fahren mal mit dem kurder nach unten wartet wir nehmen ja mal kurz den Rest mit so und dann fahren wir hier ach schon muss ich hier rauszoomen dann fahren wir hier wieder hin laden alles ab und nehmen eventuell noch mal ein paar Sachen mit nach oben zu dem äh zu dem Dorf hier hallo hab ich das nicht vorhin schon mal äh deaktiviert holy da hat das einfach nie deaktiviert das ist ja hart aber was soll ich sagen miese Zeiten halt ne ähm somit haben wir hier wenigstens schon mal wieder ein bisschen Metall was man hier schmelzen lassen könnte klar aber ich glaube das lassen wir erst mal wir tun mal bam 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 wir nehmen mit was nehmen wir mit wir brauchen hallo wir brauchen auf jeden Fall Ziegel und eventuell ein Stück Werkzeug und Holz also das ist das was wir jetzt aktuell brauchen so und dann fahren wir wieder zurück und bauen da wenigstens noch einen zweiten und eventuell wenn möglich einen dritten also seht ihr schon die Auslastung ist hier echt ganz schön marger dafür dass er ja halt ja dass er trotz all dem noch ein paar Felder hat also wie viele Felder haben wir denn hier verloren wenn wir mal genau durchrechnen recherchieren tun machen 1 2 3 4 5 6 hier 7 8 9 10 11 12 Felder hat er verloren und wir haben hier äh 5 Felder ja das sind 5 äh 6 7 8 9 10 11 12 13 14 also 14 Felder hat er sogar noch hm ja hm ist halt schade dass hier nicht noch 100% Kakao gewesen ist weil wenn das 100% Kakao hier noch gewesen wären wäre es halt optimal gewesen so vom Ding her dann hätten wir ohne Probleme ähm die andere Insel ordentlich ähm beliefern können aber das ist im Endeffekt jetzt gar nicht so wild also wir machen jetzt einfach mal unser Ding hier bauen hier dann quasi äh mehrere mehrere von den Kakao Plantagen hin und gucken einfach was draus wird was anderes kann man sowieso nicht machen also was anderes bleibt uns gar nicht über ist halt bloß schade weil die halt jetzt immer nur in dieser naja naja Auslastung von 50% hängen aufgrund dass die halt keine 100%igen äh danke äh aufgrund dass die keine 100%ige ähm Ausbeute haben ist halt schade aber da machst du nix also da steckst du nicht drinnen na da müsste man sich halt mal irgendwie noch so eine andere in der Insel eventuell zulegen wo Kakao vielleicht ein Stück weit besser wächst aber das brauchen wir aktuell ne Baumwolle läuft hier oben halt auch auf 100% was später auch ganz wichtig wird ähm dadurch dass man halt bei Baumwolle dann früher oder später immer Sachen braucht also quasi Stoffe und sowas muss man ja irgendwie produzieren und das kriegst du halt mit Baumwolle Felder dann doch relativ schnell schon geschaukelt ähm oh krass wie viele jetzt hier auf einmal sind ähm ok dann würd ich sagen wir fahren jetzt hier wieder runter wieso kommt denn hier oben keine Feuerwehr hin ist das doof hä sind die doof das Haus ist noch mitten mitten in der Feuerwehr da mit drinnen so und da kommt hier nie aus ein Knick oder was und hier brennt er bloß ein Haus hier brennt er keine Fünfhäuser was ist das denn für ein Beschiss keine Ahnung dann lassen wir das Haus halt abbrennen eine Feuersbrunst blutet in eurer Stadt ah jetzt kommt der Feuerwehrmann alles klar ähm sind wir jetzt hier mit dem Schiff schon wieder hier ne wir sind noch gar nicht da ich hab vergessen das Schiff loszuschicken ähm fahren wir da hin und tun sie mal ist halt verdammt ärgerlich das ist halt die ähm die ganzen Leute ja ihre Häuser immer weiter äh aufbauen wollen und du eigentlich gar nicht so wirklich was machen kannst das ist ein Siedler das war ein Bürger aber was ist sein Problem warum macht er halt dazu so Ohren Kaufleute na gut da kann ich es verstehen irgendwo äh muss ich denn das Zeug wiedergeben wenn die dann wieder glücklich ich stehe halt auch gar nicht so ob die irgendwas haben wollen also normalerweise ist es für mich dass die hier glücklich sind so leid ähm ja gut solange die hier alle nie am rumzündeln sind geht das so würde ich sagen dann lassen wir die mal so ein bisschen machen ansonsten fällt mir jetzt gerade nicht ein was ich hier noch machen kann ähm dann bautechnisch bin ich jetzt immer noch nie wirklich weiter ne ne also ich kann hier wirklich gerade aktuell gar nichts machen das läuft halt alles so der brennt immer noch keine Ahnung warum ich weiß nicht was mit dem Feuerwehrmann los war der ist hier lang und hätte doch gleich direkt hier durchziehen können bei dem Typen das Volk bekommt kein Baumaterial ach jetzt sind sie wieder glücklich okay nachdem alle Feuer gestillt sind alles klar hä aber ich hab doch gerade eben Baumaterial wieder aktiviert warum seid ihr jetzt schon wieder so pisst ey das sind ein paar Typen ohne Mist dafür gibt's gleich ja gibt's gleich die sate Rechnung Jungs und Mädels Kaufleute ja die wollen halt jetzt auch Kleidung haben äh hier hatten wir die Webstube die Schneiderei die Schneiderei baue ich jetzt mal hier mit hin ja na gut also wie gesagt das ist jetzt so das Maximum was ich gerade machen kann äh ich würde sagen wir beenden jetzt so die Folge hier erstmal ihr könnt mir ja gerne mal einen Daumen oder einen Kommentar da lassen wenn euch die Folge gefallen hat und ich würde sagen dann bis zum nächsten Mal und tschau tschau dann bis zum nächsten Mal und dann bis zum nächsten Mal Vielen Dank.